Warum knarzt das so? Ach stimmt, es ist ja nur eine Lok und es ist ja keine. Die hört auch ganz schön. Die muss ziehen. Ja, schieben. Ja, und verwegt sie 80 Stunden, oder? Wollen wir gleich sehen. Wie noch mal 5 Tonnen? Dazu noch 5 Tonnen? Wie noch 20 Tonnen? Ja, man trifft hier. Wie noch mal die Federer oder 50 Tonnen? Wenn ich dann mal die Federer noch mal vorbereiten, wird es ja alles gut gefallen. Wenn es schon mal nicht. Untertitelung des ZDF, 2020